Hallo lieber Leon Schmidt Sammenfreunde. Thema Hertha BSC. Bundesliga 2022-2023 Zweiter Spieltag. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Ergebnis 1 zu 1. Startelf und Hertha BSC. Christensen, Genie, Uremwig, Kempf, Mittelstädt, Südik, Tustrad, Serradar, Luc, Hapakio, Inka, UK. Startelf und Eintracht Frankfurt. Trap, Ture, Tuta, Nika, Knauf, Suwe, Lenz, Mario, Kotze, Kamada, Kolo, Buani, Al-Rio. Das war's von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. 21 Uhr 8